Zhuang Tse, Meister Zhuang und Meister Hui, schlenderten über die Brücke am Hao-Fluss. Die Elritzen sind hervorgekommen und schwimmen so fröhlich umher, sagte Meister Zhuang. Das ist die Freude der Fische. Ihr seid kein Fisch, sagte Meister Hui. Woher wollt ihr wissen, was die Freude der Fische ist? Ihr seid nicht ich, sagte Meister Zhuang. Wie wollt ihr also wissen, dass ich nicht weiß, was die Freude der Fische ist? Ich bin nicht ihr, sagte Meister Hui, aber gewiss, sagte Meister Hui, also weiß ich gewiss nicht, was ihr wisst. Aber ihr seid gewiss kein Fisch, darum könnt ihr nicht abstreiten, dass ihr nicht wisst, was die Freude der Fische ist. Fangen wir nochmal ganz von vorne an, sagte Meister Zhuang. Als ihr sagtet, woher wollt ihr wissen, was die Freude der Fische ist? Da fragtet ihr, weil ihr bereits wusstet, dass ich weiß. Ich weiß es, indem ich über den Hao schlenderte. Indem ich über den Hao schlendere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.